Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 10. März 2021. Ihr hört heute die Geek Talk Daily 967 mit den folgenden Themen. Bethida, Brave, Seriennummern, Zuckerberg, iPhone 11, Bing, Disney Plus und Instagram. Nee, Insta360. Ich beginne gleich mit Bethida. Das hatte ich ja schon in den letzten Tagen. Die EU hat nach den Staaten und Kanada und gewissen anderen Ländern jetzt bestimmen, dass Microsoft die Zenimax Media Group oder wie die genau heisst mit Bethida etc. übernehmen darf. Das Ganze geht jetzt richtig zack auf zack. Wie schon im letzten Jahr hat ja Microsoft brutal Gas gegeben im Bereich der Xbox, der Spielegeschichten etc. Und so soll es anscheinend im 2021 auch weitergehen. Denn am 11. März, an diesem Donnerstag, sollen die Redmonder verkünden, wie es mit Bethida und den anderen Titeln und Geschichten und Playern, die unter dem ganzen Konglomerat zu finden sind, es weitergeht. Ich hoffe doch mal, dass einige der Titel da in den Xbox Game Pass mit einfließen werden, so dass ich da auch das eine oder andere mitspielen kann. Dann geht es weiter mit dem nächsten Thema und das geht um Brave. Brave, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein alternativer Browser. Ein sehr guter Browser, denn der schützt eure Privatsphäre. Der trackt euch nicht, nicht wegen Chrome und solche Geschichten. Der macht so etwas wie Safari, alles eben auf schön datenschutzkonform etc. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie an ihrer eigenen Suchmaschine arbeiten werden. Die koden sie nicht von Hand auf selber, da wird nichts handgeklöppelt. Die haben Tailcat übernommen. Das ist eine alternative Suchmaschine, die sich darauf spezialisiert hat, suchen im Internet ohne die Nutzer zu tracken. Da passt es natürlich direkt zu Brave und ich bin gespannt, was da für eine Suchmaschine rauskommt. Ich glaube, nächsten bringt Apple dann auch noch seine eigene Suchmaschine raus und dann wird es interessant. Weiter geht es mit zufälligen Seriennummern. Auf solche soll Apple in Zukunft senden und zwar schon ab diesem Jahr bei neuen Produkten. Bis anhin konnte man aufgrund der Seriennummern rausschlüsseln, was für ein Modell das war, was für eine Farbe der hatte, wo es gefertigt wurde, wann es gefertigt wurde etc. Und das soll in Zukunft nicht mehr so einfach möglich sein. Ich nehme mal schwer an, das geht um sicherheitstechnische Probleme oder Gründe. Warum genau, hat man nicht bekannt gegeben. Auf jeden Fall soll es schon in diesem Jahr damit beginnen. Weiter geht es mit Zuckerberg und auch ein bisschen Apple. Zuckerberg schiesst ja aktuell gerne gegen Apple, weil die eben das Leben aktuell ein bisschen schwer machen. Zu Recht auch. Hier geht es wieder mal um Tracking und solche Geschichten. Aber dieses Mal jetzt bei der News nicht. Es geht um AR und VR Headset Pläne, die Apple anscheinend hat. Also man hat ja da nur Gerüchte. Man weiss ja, dass Apple daran arbeitet. Aber das, was man hört, sind Gerüchte wie zwei 8K Displays etc. etc. Ich möchte da keine Gerüchte groß umstreuen. Aber Zuckerberg hat sich beschwert in einem Podcast, bei dem es um Technik geht, 4.11 Podcast Information. Da hat er sich beschwert, dass es Firmen gibt, die solche Headshots nur teuer verkaufen möchten. Und er hat sich auch beschwert, dass er nicht das Gleiche, wie er im Browser machen kann, auch auf den Smartphones machen kann, weil es da anscheinend App-Stores gibt, die gewisse Dinge einschränken. Mein Gott, was sind das für böse Menschen. Da kann der Zuckerberg nicht alle Daten klauen. So böse, böse. Aber ja, nächstes Thema ist, ach, Grau, schon wieder ein iPhone. Ein iPhone 11. Es wurden ja schon mehrere iPhones im Wasser, im Eis und überall möglichen Orten gefunden. Die liefen noch. Jetzt hat ein Taucher, der regelmässig in Seen taucht und da die vom Abfall befreien, neben diversen Brillen und alten Klapptelefonen etc. auch ein iPhone 11 gefunden. Das ist laut der Nutzerin, die es verloren hat, über sechs Monate da drin gewesen und noch viel eindrücklicher, das Teil war ausgeschaltet und hatte nur 10% an Akku verloren. Was heisst das für uns? Wir sollten alle unter Wasser gehen. Da hält der Akku länger. Oder so ähnlich. Ausgeschaltet logischerweise. Es lief alles noch bis auf das Mikrofon, was ein bisschen Probleme hatte und die Lautsprecher war alles noch da. Das Wichtigste, die Tante hat vergessen, Backup zu machen und hatte schon gedacht, sie hat all die Fotos verloren. Nee, das war jetzt nicht, weil sie konnte jetzt wieder auf die Daten zugreifen. Na dann, ich würde mal eher drauf tippen, macht in Zukunft mehr Backups, sage ich ja immer wieder im Geek Talk, im News-Format und überall. Dann kann euch auch ein verloren gegangenes iPhone nicht so fest schmerzen. Bing hat sich ja Ende des letzten Jahres mit der News-Plattform, die sie hatten, ehemals Amazon, oder die heisst sie immer noch, einfach der News-Plattform, die sie haben, auf automatisierte Aggression beschäftigt und darauf versteift. Sie haben einige Journalisten und Leuten, die das Ganze bis anhin übernommen haben, rausgeschmissen und möchten das automatisiert machen. Und so ist es jetzt halt passiert, dass der Prinz Philipp, der Gatte der Queen, verstorben ist. Laut ihnen zumindest. Der Algorithmus hat da ein bisschen was falsch oder krumm mitgenommen und hat dann einfach verkündet, dass der eben genannte Prinz gestorben ist, was natürlich nicht passiert ist. Er ist im Spital und hat sich von einer Herzoperation erholt. Dann gibt es neue Zahlen, eindrückliche Zahlen zu Disney+. Die sind im 12. November 2019 gestartet. Zuerst nur in den Staaten, dann in diversen anderen Ländern. Mittlerweile gibt es das Ganze in 59 verschiedenen Ländern und auch neben Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic auch ganz neu mit dem ganzen Star-Angebot. Und da rausgefallen ist jetzt der 100-millionste Kunde, die sie damit bedienen. Gratulation an Disney. Da schliessen sie schnurstags in Richtung Netflix. Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten im Bereich der Gadget. Insta 360 Go 2 wurde vorgestellt. Eigentlich das gleiche wie vorher. Einfach noch mehr wasserdicht mit wechselbaren Objektiven und diverses Zubehör. Ist eine kleine Action-Cam, die ihr euch ans T-Shirt, an das Stirnband, an den Hut, an den Hund oder wo auch immer tackern könnt und dann somit Videos aufnehmen könnt. Die grösste Neuerung und deshalb, weshalb ich das alte so schlecht oder schlecht fand. Ich habe es einfach nie mehr richtig genutzt, weil das Teil muss man zum Synchronisieren am Smartphone immer einstecken in die Dockingstation und dann verbinden. Das war eine ziemlich unschöne Geschichte. Das soll jetzt direkt via Bluetooth funktionieren, ohne eben diesen Umweg. Man sollte aber beachten, dass man ein kompatibles Smartphone hat. Bei iOS heisst das, also auf der Apple-Seite, mindestens ein A11-Chip, iPhone 8 aufwärts, neuere Modelle, also ab meinem alten Telefon und aufwärts geht es. Bei Android braucht es ein Kirin 89, das ist so ab letztes, vorletztes Jahr Huawei, ein Qualcomm Snapdragon 845, das heisst ab dem Galaxy S9 und aufwärts oder ein Exynos 980, das ist nicht die Samsung S9 und weiter nach oben, also neuere Geräte. Das war die heutige News, übrigens heute eingesprochen, mit einem neuen Mikrofon, das ich euch erst in einigen Wochen erzählen darf, was es für eines ist. Aber merkt euch, das war die Folge, nämlich die Geek Talk Daily 967. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.